Darf ich dich mal eine Sache fragen? Natürlich. Minecraft. Ja. Ich verstehe es nicht. Was ist daran toll? Ich finde das so unfassbar langweilig. Hat mir jetzt 50 Leute aus dem Chat. Welche Musik hören Sie am liebsten? Ich höre überwiegend elektronische Musik. Ich habe zweimal auf der Love Parade, als es die noch gab, einen Wagen gemacht. Wusstest du das? Nee, das wusste ich in der Tat nicht. Ja, 1999 und 2000 hatte ich ein eigenes Love Float, wie das damals hieß. Yeah. Vor allem, ich war 1999 und zwar war ich sogar da. Ehrlich? Ich habe dich bejubelt. Das war das erste Mal, als mich meine Eltern da hinließen. Ich war halt immer 18. Ach so, mir fällt übrigens noch ein, was habe ich natürlich auch noch gespielt. Civilization habe ich super gerne gespielt. Spiele ich jetzt manchmal noch? Ja, Civ ist interessant. Du qualifizierst dich gerade für eine weitere Runde. Wir haben sehr viele Ziffspieler in der Fraktion. Nach meinem letzten... Ernsthaft? Ja, nach meinem letzten... Ey, können wir da nicht mal eine Gaming-Nacht machen? Ja, du warst mal Unternehmer und jetzt Politiker. Wieso hast du Politik als deinen Lebensweg gewählt? Ich wollte immer Parlamentarier werden. Unternehmer habe ich gemacht oder Gewerbe angemeldet, weil ich mit 18 mein Auto und meine Wohnung finanzieren wollte und da nicht meine Eltern in Anspruch nehmen konnte und wollte. und deshalb habe ich einen Gewerbe angemeldet, aber das, was ich jetzt mache, liebe ich. Weißt du, was mein erster Ego-Shooter war? Doom. Doom 1. Jawohl. Wurde auf drei Disketten ausgeliefert. Genau. War auch nur das erste Level. Stimmt, stimmt. Weil ich nämlich großer Anhänger der Idee bin, dass wir E-Sports zu einem echten Sport machen. Weil Schach ist ja auch ein Sport. Selbst beim Zocken hat der Lindner einen Anzug an. Ja, ich bin... Hey, Eisprung, du Witzbold. Glaubst du, ich bin hier im Bundestag und gehe in mein Büro, ziehe mich um, ziehe mir die Jogginganzughose oder Jogginganzughose und ein T-Shirt an. Danach, wenn ich hier wieder rausgehe, wieder in einen Anzug. Ey, Mann, das ist ja völlig unauthentisch. Spielt CL Civilization mit dem Deutschen Reich, fragt Empor.